Die Teilnehmerin im Grundparcours, die B106, Horst Gips, Quelle Flou mit Stephanie Paul, ein Düsseldorf. Musik Musik So, dann haben wir das zweite Pferd im Stich. Die 6874 braucht die Zeit, der Zeit am dritten Stelle. So, die letzte Bewerberin, die 406, Horst Gims-Quainfilou mit Stefanie Paul Altusried. So, die letzte Bewerberin, die 406, Horst Gims-Quainfilou mit Stefanie Paul Altusried. So, die letzte Bewerberin, die 406, Horst Gims-Quainfilou mit Stefanie Paul Altusried. So, die letzte Bewerberin, die 406, Horst Gims-Quainfilou mit Stefanie Paul Altusried. So, die letzte Bewerberin, die 506, Horst Gims-Quainfilou mit Stefanie Paul Altusried. Untertitelung des ZDF, 2020